Einen wunderschönen guten Abend, ein allerherziges Glück auf hier zurück zu einem neuen Bericht in einer neuen Wetterbesprechung bis Mitte, Ende nächster Woche und natürlich auch ein allerherziges Willkommen im Oktober. Ja, schauen wir mal auf die aktuelle Wetterlage und natürlich erst einmal einen Blick zurück auf den September, was er denn nun unter dem Strich für Temperaturen bzw. Mitteltemperaturen eben in Bezug auf die Abweichung des Klimamittels 1961 zu 1990, das alte Klimamittel, was er da so gebracht hat. Ja, da erkennen wir nämlich Folgendes, dass wir sehen das hier, dass der September in Bezug auf das alte Klimamittel 1961, 1990 ganz normal verlief. Ja, da werden sich einige denken, das war kalt gewesen und nass. Ja, war ein ganz normaler September in Bezug auf das neue Klimamittel, werden wir uns gleich mal anschauen, war er zu kalt. Und wir schauen jetzt mal, wir haben ja ein richtiges West-Ost-Gefälle, ja, also alles was blau ist und ein bisschen dunkelblauer, dort war er sogar in Bezug auf das alte Klimamittel zu kalt, ja, und ansonsten im Westen leicht, sehr leicht zu warm mit 0,5 Kelvin gerade mal, ja, aber ansonsten eben relativ durchschnittlich und kann man schon fast sagen, eine Punktlandung. Ja, in Bezug auf das neue Klimamittel 1991, 2020 sieht die Geschichte, wie ich bereits eben erwähnte, noch ein bisschen anders aus. Da ist es eben so, dass er relativ kalt ausgefallen ist, ja, also dort, was heißt relativ kalt, also 0,5 Kelvin zu wenig ist er ausgefallen, also zu kalt, ja. Und dementsprechend sehen wir das hier auch an dieser Überarbeitung von Bernd-Hussing.de, ja, der sieht hier unten auch nochmal das alte Klimamittel mit 0,06, beziehungsweise 0,0, ja, 0,06 Kelvin, ich habe meine Brille nicht auf, das habe ich nicht erkannt, sorry. Und eben im Prinzip das neue Klimamittel mit der Abweichung, ja, dann erkennen wir auch in Bezug auf die Niederschläge, ja, dass wir verbreitet zu nass waren. Der September war viel zu nass gewesen, aber man will ja mal nichts sagen nach diesem Sommer, alles gut, die Natur gleicht das wieder aus. Ja, in Bezug auf die Sonnenscheindauer, beziehungsweise auf die Bewölkung, relativ normal auch, ja, 96,4% im Mittel, dementsprechend ein ganz normaler, von der Bewölkung her ein ganz normaler September. Gut, haken wir das Ganze ab. Was ich noch sagen möchte, es kamen sehr viele Anfragen in Bezug auf den Winter. Meiner Meinung jetzt her, oder meiner Meinung her, wird der Winter nicht so ausfallen wie der letzte Winter. Wir sehen nämlich jetzt schon, wie im September so ein kleines bisschen die Weichen gestellt wurden. Der kalte September jetzt hier auch ein Indiz dafür war, dass diese Wetterlage, die dahinter steckt, gegebenenfalls dann auch im November schon wieder, beziehungsweise Ende Oktober sich schon wieder aufbauen könnte, mit aber mehr Kältepotenzial, ja, was da eben angezapft werden kann. Und dementsprechend rechne ich, das ist meine Einschätzung, bitte nicht für wahre Münze nehmen, rechne ich in den Mittelgebirgen mit Oktoberschnee. Gut, haben wir das erstmal abgehakt, ja, aber wie gesagt, in Bezug auf die Geschichte mit dem Winter, das werden wir uns mal später zu Gemüte führen. In Bezug auf die aktuelle Wetterlage sehen wir jetzt nochmal hier das Satellitenbild, ja, es wird jetzt eben leider dunkel, aber wir erkennen ja auch so eine vertikale Mächtigkeit von Wolken hier, ja, das ist nochmal so eine Schauerstraße, die da reinzieht, und Aufkleidbewölkung, wie zum Beispiel Schichtbewölkung im Süden und das sind eben auch Regenfälle, wie wir jetzt hier sehen, ja, das zieht jetzt eben gerade alles rein. Da sind auch mal kräftigere Schauer, gerade im Osten und vor allen Dingen Richtung Oberfranken dabei, hier ganz mal ganz schön schütten, ja, das sind auch wieder solche linienartigen Schauer, wo dann quasi eine Örtlichkeit immer wieder getroffen wird und dann haben wir unten im Süden eben diese, ja, Stauniederschläge hier gerade am Alpenrand. Und diese Stauniederschläge werden sich weiterhin fortsetzen und vor allen sich in der Nacht zum Morgen und am morgigen Sonntag noch intensivieren. Dementsprechend ist auch eine Unwetterwarnung herausgegeben worden vom Deutschen Wetterdienst, ja, gehen wir gleich darauf ein, aber wir schauen uns jetzt erstmal die aktuelle Berechnung für den morgigen Sonntag, den Montag, den Dienstag und den Mittwoch an. Da erkennen wir nämlich folgendes, dass eben hier die bereits erwähnte Front heute, ja, mit den Schaueraktivitäten, die jetzt gerade einhergehen, von West nach Ost durchziehen und unten am Alpenrand die ganze Zeit dieser, ja, wie soll man sagen, dieser Stauniederschlag sich eben etabliert. Und dann passiert es, dass hier aus Richtung Westen, ja, südliches Großbritannien, Ärmelkanal, so eine kleine Kurzwelle reinzieht, zum Beispiel so einen Kurzwellendruck und das klatscht eben volles Rohr morgen durch das Hochdruckgebiet, welches sich hier antizyklonal eintritt, ja, und diese ganze Geschichte dann eben mit Nordwestkomponenten gegen die Alpen drückt. Dort wird es eben intensiv regnen und der morgige Sonntag wird dort unten ins Wasser fallen, ja. Danach ist es so, dass dieses Hochdruckgebiet sich über den Balkan verschiebt, hier auf die warme Hinterseite geraten und aber auch in Bezug auf diesen Druck hier, auf diese milde Druckvorderseite. Und dort ist es halt eben so, dass neben dem Druckradient, ja, auch wieder wärmere Luft rangeführt wird. Schauen wir uns aber gleich an. In Bezug jetzt nochmal auf die Niederschläge, ja, sehen wir das hier, was ICAN-EU mit dem neuesten Lauf berechnet für die kommenden 54 Stunden beziehungsweise bis Montagabend, ja. Da erkennen wir Folgendes, dass vor allen Dingen hier unten im Süden bis zu 120 Liter auf dem Quadratmeter, jedenfalls auch Richtung Bad Tölz und, wie soll man sagen, hier so reit im Winkel, ja, bis zu 140 Liter auf dem Quadratmeter berechnet werden. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Dort kann es örtlich wirklich Überflutungen geben. Das muss im Auge behalten werden. Ja, gerade dort unten sind die Booten sehr gesättigt. Und dort kann es eben sein, dass kleinere Bäche auch mal über die Ufer treten. Und gerade wenn es vielleicht Schauer und kurze Gewitter, obwohl kurze Gewitter wird es vielleicht nicht geben, aber stärkere Schauer punktuell in diesen Niederschlägen mit drin sind, dass eben dort punktuell dann örtlich eben auch mal was über die Ufer treten kann. Ja, gerade Gebirgsbäche oder so, das fließt alles zusammen. Ja, das sind ganz schöne Regenmengen hier, wie gesagt. Also da besteht auf jeden Fall Überflutungsgefahr. Das muss im Auge behalten werden. In Bezug auf das IGN-D2-Modell, ja, der Deutschen, das eben war das Globalmodell, das ist jetzt das Regionalmodell, sieht eben auch die Signale. Ja, auch wieder höhere Regenmengen so Richtung Schwarzwald, ja, aber dann eben auch Richtung Balderschwang, 111 bis 110 Liter auf dem Quadratmeter circa, ja, und ja, Richtung Osten dann quasi hier Richtung Reitenwinkel so ungefähr, ja, 80 bis 90 Liter auf dem Quadratmeter. Die haben das ein kleines bisschen entschärft. Ja, es ist aber auf jeden Fall möglich, dass über 100 Liter auf dem Quadratmeter die kommenden 48 Stunden dort unten im Süden am Alpenrand fallen werden können. Der Deutsche Wetterdienst hat das Ganze schon bewornt, ja, wir sehen das hier. Mal kurz reinzoomen ein bisschen hier. Ja, und da sehen wir im Prinzip, wie unten der Süden schon abgewornt wird, wie gesagt, die Region Balderschwang hier und dann eben bei Tölz bis rüber Richtung Reitimwinkel. Ja, und dort sind eben, wie gesagt, 60 bis 80 Liter auf dem Quadratmeter nicht ausgeschlossen, punktuell auch über 100 Liter auf dem Quadratmeter bis Montagabend dann, ja. Gut, hätten wir das abgefrühstückt? Ne, haben wir noch nicht. Jetzt habe ich nochmal so ein Mediogramm mitgebracht von Bad Tölz. Das sehen wir auch in Bezug auf Icon jetzt, dass der morgige Sonntag, das wäre im Prinzip jetzt hier die Nacht, ja, 0 Uhr, bis eben dann, kann man schon sagen, Montag, Mittag, ja, dass eben die ganze Geschichte hier total ins Wasser fällt, ja. Da sind teilweise Regenmengen dabei von über 5, 6, 7 Liter in 3 Stunden, ja. Und teilweise geht das hier auch hoch bis über 10, 12, 13, 14 Liter in 3 Stunden, ja. Also da kannst du es zwischenzeitlich mal ganz schön schütten. Gut, schauen wir uns jetzt die ganze Geschichte nochmal an in Bezug auf die wärmeren Temperaturen, gerade am Mittwoch, ja. Es ist eben so, dass sich eben, wie bereits schon erwähnte, dieses, oder dass sich dieses Hochdruckgebiet, ja, welches das Tief gegen die Alpen drückt, eben, wie gesagt, nach Osten hin auf den Balkan verschiebt, ja. Das sehen wir hier. Und korrespondierend dazu haben wir hier einen Langwellendruck, ja. Und da ist es eben so, dass wir dort auf einer Druckvorderseite liegen und die ganze Geschichte, ja, die Druckgebilde verhalten sich wie Zahnräder. Und von der iberischen Halbinsel her können dann nochmal über 10 Grad Celsius in 850 Hektobaskal erreicht werden, ja. In den orangenen Bereich können auch mal so 12, 13, 14 Grad Celsius in 850 Hektobaskal bzw. 1000 Liter in Höhe zusammenkommen, ja. Das sehen wir hier an diesem Übergang vom Grün ins Gelb, das sind nämlich die 10er Isotherme, ja. Und dementsprechend kann man dann im Prinzip auch abschätzen, wie warm ist die potenzielle Luftmasse und wie kann sich das dann am Herdboden, ja, abzeichnen, ja, oder abzeigen. Und wir sehen aber auch noch Folgendes, dass eben hier schon wieder so ein Knick reinkommt und das wird schon wieder eine Kaltfront sein. In Bezug natürlich auch auf diese, ja, sehr enge Isobarndrängung, dementsprechend wird da Mittwoch dann auch relativ windig werden, ja. Also gerade was Föhn angeht, gerade so, ja, östlich von den Mittelgebirgen, Thüringer Wald und so, da kann es dann wirklich auch mal fönig werden und, ja, Kopfschmerzwetter wie auch immer, ja. Ja, schauen wir uns mal die Temperaturen an, die hier eben zusammenkommen oder die da eben gemessen werden sollen in Bezug auf die Maximaltemperatur des ICAN-EU-Modells jetzt hier für den Dienstag, ja. Das sehen wir eben hier Deutschland, ja, und da erkennen wir eben, dass jetzt hier oben rechts die Teilnein 18 Uhr, das ist eben im Prinzip der Bereich, wo dann eben die Maximaltemperatur angegeben wird und da erkennen wir eben, dass, ja, 17, 18, 19 Grad Celsius so im Norden, ja, gemessen werden könnten, relativ wahrscheinlich, ja. Und sogar die 20 Grad Marke schon Richtung, ja, wie soll man sagen, Oberrhein, ja, Richtung Karlsruhe gegebenenfalls auch, ja, Richtung Freiburg im Preisgau, dass eben die 20 Grad schon gemessen werden können. Wenn wir dann mal weitergehen, gerade auf den Mittwoch, ja, was der wärmste Tag sein wird, weil ihr seht hier schon oben über den britischen Inseln wird es schon wieder kälter, da kommt schon wieder die Kaltluft rein, ja. Da erkennen wir, dass hier gerade im Preisgau auch die 23 bis 24 Grad Celsius gemessen werden könnten. Im Osten sind es 20 Grad sehr wahrscheinlich, ja, unter Föhneinfluss gegebenenfalls auch 21, gegebenenfalls örtlich auch mal 22 Grad Celsius, nicht ausgeschlossen. Aber ansonsten, also ein Sommertag, vielleicht mit Mühe und Not irgendwo unten im Preisgau, aber ansonsten wird das so mit dem Sommertag eher nichts werden oder nichts mehr werden, also quasi ab 25 Grad ist ein Sommertag, ja. Ja, das wären so die Temperaturen und dann geht es eben weiter, kommen die Kaltluft rein und dann wird es eben schon nicht mehr so mild, ja. Da seht ihr hier, wie eben die Temperatur schon wieder abnimmt. Gut, in Bezug auf den eben bereits erwähnten Wind, ja, können wir erkennen, Mittwoch wird auch relativ windig werden, ja, also gerade so im Nordwesten des Landes, da werden über, ja, 60, 70, 80 Kilometer pro Stunde auf jeden Fall gemessen, ja, oder könnte gemessen werden und vor allen Dingen dann auch hier, Thüringer Wald sticht hier heraus, ja, dort wird es eben, das ist der richtigen, ja, wird schon stürmisch werden, gerade in den Kammlagen dort oben, ja, aber auch in den Kammlagen des Schwarzwaldes ist das absolut nicht ausgeschlossen, ja. Gut, hätten wir das abgefrühstückt und schauen uns nochmal zunächst jetzt oder zuletzt jetzt nochmal das Ensemble für Freiberg jetzt nochmal an, ja, für die Mitte von Deutschland, beziehungsweise für das Erzgebirge jetzt hier, ich schaue dann auch gleich nochmal woanders hin, keine Angst, da erkennen wir aber, dass das alles, selbst in Bezug auf andere Städte, nichts Außergewöhnliches ist, beziehungsweise gleich aussenkt wird, denn wir erkennen hier folgendes, die 30 verschiedenen Member, die wir im Bund finden und umso enger die aneinander liegen, umso sicherer ist die Prognose, beziehungsweise umso einiger, oder sind sie sich eben einig, ja, sagen wir mal so, und so weiter die auseinander liegen, umso unsicherer ist die Wetterlage. Dementsprechend ist nach hinten raus, ja, wie soll man das sagen, da ist noch alles Mögliche offen, ja, es kann gegebenenfalls nochmal golden werden, was ich eher nicht glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, es kann aber auch schon wieder sehr viel kälter werden, ja, es sind Member dabei, die gehen schon bis an die minus 5 Grad Isotherme ran, ja, um den 17. Oktober herum, ja, und wie gesagt, das könnte vielleicht an so einer Wetterlage liegen, die ich bereits eben erwähnte, die sich jetzt Mitte Oktober, Ende Oktober, Anfang November wiederholen könnte, mit diesen Blockierenden hoch über dem Atlantik, was dann aus Norden kalte Luft einbrechen lässt und korrespondieren dazu eben das Tiefdruckgebiet über dem Kontinent, da wird es eben kalt. So, hätten wir das, ja. In Bezug schauen wir nochmal, können wir jetzt nochmal schauen, schauen wir jetzt nochmal nach Erfurt zum Beispiel, ja, da können wir das auch nochmal erkennen, dass die Prognose dort auch nicht anders aussieht, ja, wir erkennen das hier ab ungefähr dem Wärmepiek, sage ich mal so, ja, ab ungefähr Mittwoch, Donnerstag, gehen dann die Trends sehr weit auseinander, ja, und dementsprechend ist da auch keine großartige Prognose möglich, was jetzt so den weiteren Zeitraum nach hinten betrifft. Gut, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, das soll es erstmal gewesen sein. Bis später, wenn ihr möchtet. Einen schönen Tag der Deutschen Einheit wünsche ich euch natürlich auch, ja, und genießt den Feiertag. Bis später. Ciao.